Superlade, braun für Spiele, braun für Spiele. Wir haben die Musiker getroffen. 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 Also wir stehen hier auf der Bühne auch so ein bisschen hilflos, weil wir nicht wissen, ob noch was passiert, ob die drei noch lauter werden, ob das Mikrofon mal hier ausgescheidet wird, aber das macht ja nichts. Ich sehe jetzt auch keinen Techniker mehr. Ich sehe jetzt auch keinen Techniker mehr. Ich sehe jetzt auch keinen Techniker mehr. Doch sie kann es ja nicht an glauben. Besseres Heimler haben wir vorhanden. Was hältst du von dem Sumsemann hier? Ist das nicht unser Sumsemann? Das ist doch unser Sumsemann. Das ist unser Sumsemann. Ja, das ist unser Zeichen. 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 Das heißt, das wir haben. Das ist unser Zeichen. Ja, das ist unser Zeichen. Das ist unser Zeichen. Ja, das ist unser Zeichen. Das war's. Hier, bei der Berliner großen Miethai-Demo haben wir gerade das Super-Demo. Hier ist ja wohl der absolute perfekte Superhai, den du hast. Was? Also ich filme heute schon den ganzen Tag die Miethaie und deiner ist ja noch perfekt dazu gekommen. Das ist toll! Ja, allerdings. Willst du mir jetzt von dem großen noch mal fressen lassen, weil der mich auch schon bewundert hat. Aber unser Miethai wird gefressen von dem Fisch! Alles klar! So! Weißt du, so! Warte, Entschuldigung! Was ist auch billig? Jetzt haben wir 3D gemacht! Ja! Gefressen! Ah! Und so? Sieg die Utopie! We don't need no Miet-Control-Gun! Das ist doch ein weiteres mal. Es ist echt so weit. Sieg die Utopie! Warte, das ist echte, was ist mit dem, was wir mit einem Knieman erinnern! Sieg die Utopie! Eine Ausbildung, die Warte ist prerechte. Sieg die Utopie! Der Knieman, die Nadler hat etwas, zu dem, was Geiler Rave hier am Ende der Demo. 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 Wir sagen, was beschwert ihr euch? Euch geht's verhältnismäßig gut. Woanders hungern sich und wir, wir kommen von Freiheit nicht genug. Wir sagen, ja, so sieht es aus, wir laden alle herzlich ein. Besetzt die Häuser hier im Land, lasst uns Gefangene mal frei.